Musik Willkommen zu einer weiteren Episode Hunger Games und gleich vorab erstmal ein kleines Update von mir, warum so lange nichts von mir zu hören war. Letzte Woche hatte ich ziemlich viel zu tun, privaten, internen Familienkramregeln, wofür die ganze Familie aufgescheucht war und das Resultat von dem ganzen Stress war eine Magenschleimhautentzündung, also ist, die ist ja nicht einfach mal so in drei Tagen vorbei. Das Problem hatte ich öfters schon und ich lag jetzt quasi von Samstagabend bis vorhin auf dem Sofa, ohne mich großartig zu rühren. Also nicht, dass ihr euch Sorgen macht oder sonst was, mir geht es so langsam wieder besser. Und ja, anfangen werde ich mit dem Hunger Games Video hier noch aus der alten Session mit Spire zusammen. Seinen Channel findet ihr unten wie immer in der Description. Ich werde direkt am nächsten Tag hier nach, also am Donnerstag, wenn ihr das Video seht, anfangen eine neue Episode DMJ aufzunehmen, noch bevor 1.6 rauskommt, welches am 1.6. veröffentlicht wird, laut Mojang.com-Angaben. Hoffen wir mal, dass das soweit stimmt. Ansonsten haltet einfach wieder die Ohren und Augen offen. Channel, Update und News werden wie immer hier folgen. Und der Content wird jetzt eigentlich wieder so laufen, wie es in den letzten 2-3 Monaten so war. Viel Vergnügen jetzt bei Hunger Games. Bis bald und bye-bye. Oh, auf Futuristic City, hallo. Wen haben wir denn hier, Preacher. Lol, joh. Oh Gott. Mein Aufnahme-Countdown ist gerade abgelaufen und ich habe gedacht, es geht los. Crafting Master 28 neben mir. Nice. Und Plucked 8.4. Alter, wie viele Hungerpunkte fehlen mir bitte. Ich habe noch die Hälfte. Scheinen heute ein bisschen interessanter drauf zu sein, die Leute. Ich komme nicht an deine Dings dran. Komme ich an seine Dings dran? Ne. Nur an seine Slap. Uh, David kraft einen neuen Leuten an die Slap. An die Slap. An die Slip. Ich fliege bestimmt runter, ich sehe es kommen. Das ist ein komischer Winkel, hier rüber zu springen. Absolut, schnur gerade. Wow, ich bin, habe es nicht geschafft. Ich bin unten schon mal. Ich habe eine Axt. Holzachst. Und Futter. Ich habe auch eine Holzachst. Sollen wir ein paar Snacken? Ähm, ich renne Richtung Westen. Ich bin hinter dir. Okay. Ich renne Richtung Westen. Und sonst ist es frei. Hier links in der Nische ist eine Kiste. Okay. Gold und Eisenschwert. Willst du Gold? Gold ist... Eisen. Äh, sorry, Stein. Gut. Rained fucked. Wieder in unser Haus rein. Ich gucke hier kurz links, ob hier irgendwer ist. Hier ist nämlich wer, den kann ich vielleicht wegsnacken. Hallo, Ash Ketchum. Ich habe noch ein Steinschwert für dich. Happen. Gut. Wenn du jetzt nicht eins hast. Ich habe sogar einen Bogen. Ne, 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 der hatte gar nichts. Ich dachte, der hätte vielleicht was. Bist du in dem Haus? Ja. Gut. Dem Haus. Dem Haus. Das Auto. Das Auto. Ich glaube, ich habe gerade einen Pilz gesetzt. Ich bin hier. Möchte Schwert. Kriegst du aber nie. Menno. Komm her. Will ja nicht so sein. Dankeschön. Oh. Ich habe gerade die Köpfe für Spieler gehalten. Ich wollte schon drauf zuschlagen. Da hinten war ich da schon? Hier vorne ist direkt ein Nickname. Außerhalb des Gebäudes. On the way, Doktor. Willkommen. Oh, 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 oh. Ich brauche Hilfe. Komm zu mir. Was? Ich sehe ihn nicht. Okay, das war... Hey, dann mit dir einen Moment. Und ich kann direkt das Food gebrauchen. Warte. Warte. Brauchst du noch Food? Ne, 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 ne. Ich bin gerade voll. Jetzt hätte ich jetzt Kuchen geplacet. Warte, 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 warte. Er hebt den Kuchen auf für, wenn wir wegrennen müssen. Beim Hinlegen. Hinter dir. Hinter dir. Tunic. Oh, ja. Danke. Dann... Ich bin hier mal... Okay. Ich weiß, dass da noch jemand nach rechts abgezogen ist. Ziehen wir mal auch nach rechts ab. Das ist nix. Hat der Falle es aber gehabt? Nein. Das war, glaube ich, eine D. S. Man weiß es alles nicht. Geschlechter im Internet ist immer so eine Sache. Ähm, Nakamorin hatte, glaube ich, auch einen Mädchen-Skin. Zwischensäglich. Ja. Brauchst du Gold-Tosen? Ja. Ja. Passende zu meiner Gold-Brust. Ich habe übrigens eine Bowel, wir können Pilze sammeln. Perfekt. Ich habe nämlich ein Food-Ding schon verloren. Oh, ich habe noch ein Hähnchen, merke ich gerade. Merke ich auch jetzt erst. Oh, ich habe... Hier ist gerade aber ziemlich viel Verkehr gerade. Hast du angegriffen oder was wollte ich so sagen? Nö, wo bist du hin? Ach so, jetzt? Du meinst draußen Verkehr. Ja. Äh, ja, weil... Kommt da runter. Zum Wasser hin? Wo die zwei... Wo die fliegende Insel drüber ist? Ich würde gerne zu diesem abgeschützten Flieger, da waren wir vor uns ziemlich viele Küssen. Ich habe keinen Plan, wo du hin bist. Hinter dir, Bob. Was? Wie hast du das gemacht? Ich bin ein Geist. Hier sind braune Pilze. Optimum. Ähm, ich habe für dich was sehr Hübsches. Yippie. Dankeschön. Glauben sie ein Schafe, Tiere. Wie viel EP hast du? Hast du überhaupt schon irgendwas? Auch nicht, ne? Ich habe EP jetzt. Ja, dann nimm die anderen auch noch erstmal. Sogar eine Kiste, wo das Schaf ist. Ich will auch was looten. Ich habe eine Schüssel gelootet. Okay, dann brauche ich dir nichts abgeben. Hätte ich sowieso nicht getan. Ja, fast nicht. Versuch ein witziges Spruch aus dem Ringer. Mir fällt keiner ein. Als ob David getrunken hätte, nicht wahr? Wenn er noch trinken würde, würde er sich aber nicht so anhören. Schweinchen. Nice. Oh, eine Blume. Alter, vier Schweine. Hier sind auch noch 12.000. Ach, da bist du ja sogar. Wie bist du denn schon wieder da? Ich sag doch, ich bin ein Geist. Ich habe vier Pfeile. Hast du einen Bogen? Äh, ja. Tatsächlich habe ich ihn. Meine EP ist gerade runtergefallen. Wozu werfe ich dir dann die Pfeile dahin? Ey, Leute. Wo ist meine EP? Da neben den Pfeilen. Siehst du die? Nee. Du hast vielleicht durch Fallschaden gestorben? EP kann durch Fallschaden gestorben. Ach so. Das Schwein. Das wäre möglich. Das wäre kacke. Hier in dem Haus ist eine Kiste. Das habe ich gerade gesehen. Aber das ist blöd auf dem Platz. Ja, ich dachte, hier wäre drinnen keine. Chainmail, ähm. Hier ist Enchantment Table. Lull. What? Ja. Okay, dann will ich jetzt noch fix, äh, ein Level haben. Willst du das? Naja, will ich. Okay. Ähm. Hatten wir eine Angel? Ich habe keine Angel. Hält dich auch ein Schaf. Hier unten. Molly, der Schaf. Du wirst mein EP-Bonus sein. Level 1. Nice. Ich habe doch noch ein Schaf gehört, oder? Dann entscheide ich mal mein Schwert. Oh, ich habe hier noch eine Kiste gefunden. Was hältst du davon? Und noch eine Kiste. Awesome. Und es ist drin, eine Chainboots. Perfekt, die kann ich noch gebrauchen. Elf Tributes remaining. Sharpness 1. So wie sich das gehört. Nice. Ich habe noch ein Stone Sword gefunden. Ich sehe ein Name-Tag. Komm mal hoch zu dem Haus. Komm. Ich bin unterwegs. Bin gleich da. Ich habe noch eine Truhe gefunden. Bin gleich da. Hab ihn. Okay, gut. Dann gucke ich mir die Truhe eben schnell an. Ich habe einen Eisenbaum. Und Sticks. Brauchst du welche? Ne. Alles du nicht. Letzte Runde. Ich blicke sowieso nicht mehr so ganz durch. Waren ja auch ein paar viele. Chainboots hätte ich noch gerne. Gibt die Dinger wieder her hier. Ist hier noch in der Tür was drinne? In der Tür. In dem Haus. Ich habe für dich ein Chainbrustplatte. Wenn du die nicht schon hast. Ne. Gold. Ist auch das einzige was wir noch haben. Chainbrustplatte. Hinter dir. Dreh oben. Geh wieder ins Haus. Ja, okay. Okay. Jetzt ist mein Inventar natürlich voll. Doch nicht. Wenn wir noch ein Dia hätten. Hast du die Kiste schon? Ja, hab ich schon. Was machst du denn? Ich ziehe wie immer mit TNT auf der Kiste. Warte, lass mich meinen Namen. Hier sind noch Kühe. Schlechter sie. Okay. Wie komme ich hier raus? Da hinten. Schlechter sie. Wo sind sie hin? Da sind auch noch Hühner. Hühner habe ich gerade das Fenster gesehen. Ja. Bing. Bing. I don't break for Klingons. Äh, Klingons. Klingons. Ich habe Glasspaints im Rahmen gefunden. Brauchst du ein Chainmail Boots? Ne. Äh, ne. Ich bin Full Chainmail jetzt. Also alles unter... Alles unter Eisen ist scheiß. Okay. Ja. Ich verstehe. Ich habe noch zwei weitere Bowls. Daraus mache ich mir direkt zwei Pilzhoppen. Hinter dir. Ah! Lass doch was. Das kann böse enden. Stell dir vor, ich hätte wirklich getrunken. Ey, guck mal da oben. Ja, ich sehe es auch. Ein X-Wing oder nicht? Nachempfunden wahrscheinlich. Ja, und schreibt er dann da vorhin was für Klingons? Ich frage mich mal noch, wie der Typ vorhin den Pisten hatte. Vielleicht hier auch, ähm, Dingensens? Moment. Ach, das war ja wohl der schlechteste Jump meines Lebens. Aber das ist nicht wahr, als hätte ich erst jumpen müssen. Das da ist ziemlich tricky. Ne, äh, spring mal und ich gebe dir einen Boost. Ja. Ne. Gib mir mal einen Stoß, während ich hier hüpfe. Oh, ne, ne, da verglitsche ich mich dann auch notfalls wahrscheinlich drinnen. Oh, gib die Schüssel wieder her. Wenn ich einen Kuchen da drauf platziere, kann der weggeschoben werden? Ja. Ich dachte, der war ein Pushable. Ist das auf der Seite genauso? Ne. Am Ende kommt man jetzt auf der steinigen Seite raus. Kiste. Wie, es trägt ein Potato. Ja, man kommt hier auf der anderen Seite raus. Da sind noch Kisten. Hier ist auch noch eine Kiste. Ich hab ne Angel. Nice. Ich noch nicht. Ach, aber ich hab ein bisschen mehr Food, sehe ich gerade. Ich hab immer noch erst ein fünftes Level oder so. Was ist da noch drin? Ah ja, da kommen wir zu der Truhe, die wir gerade... Ja, Eisen. Ne, weder noch. Weil der rennt einfach mit durch. Hallo. Was soll denn das? So, ich werf hier nochmal ein bisschen Blödsinn weg. Ich geh schon mal weiter. Ähm, kannte Karte. Obwohl, ich heb das Holzzeug auf. Das Holzzeug hebe ich auf. Ja, ich folg dir in die Richtung. Äh, da unten ist der Fighter mit den ganzen Kisten drin. Okay. Ich hab noch ein Hühnchen gefunden und noch ein Hühnchen. Komm ich hier lebend runter? Und noch ne Kiste, in der du vorbeigerannt bist mit zweimal Chain Boots. Da war ich dran, aber ich brauch kein Chain Boots. Ja, aber mitnehmen, für das die anderen das nicht kriegen. Meine Güte, wir wollen ja auch ne Chance geben. Nee. Na? Okay, dann nicht. Wie? Wieso bist du hier Schaf und Schwein? Um zu grunzen. Ja, ich will daran leveln. Ich hab fast ein Level. Mir fehlen nur noch wenige Tierchen. Oder ein, zwei Fische. Hast du eine? Nee. Ich hatte eine. Oh, diesmal sind es nur drei Küsten. Nein. Die alle schon gelootet sind. Das heißt, jemand hat hier noch Top im Bagir? Wer weiß. Vielleicht war nur Crap drin. Die Kiste hat er 100 pro übersehen. Ich bin oft ziemlich gut im Übersehen von Kisten. Fällt mir immer beim Editen auf. Hallo. So ein Flow drin ist. Ja. Wenn man, dass man einen krassen Tunnelblick kriegt, ist echt unglaublich. Oh, dankeschön. An derselben Stelle wie vorhin hast du mir den Boost gegeben. Ich weiß. Ich merke mir alles. So. Ein Vieh oder zwei? Ja, zwei. Aber mehr dann auch nicht. Sind das das, also ist das ein Dreier-Team? Hm. Ich glaub's eher nicht. Oh. Ich muss was essen. Wenn, dann hätten wir Probleme. Ja, es ist, ess dich voll. Alle leer. Ja, die sind wir vorhin schon lang. Ach, wir? Ja, ich glaub, dass das diese Runde war. Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Wirklich. Gib mir mal die Angleisch. Ich mach... Okay, Kisten sind grad refilled worden. Dann wieder zurück. Schau. Warte, bleib stehen. Jetzt echt? Lol. Unglaublich. Hast du dein Level? Hm? Hab ich. Dankeschön. Wo ging's zum Enchantment-Guy? Wusstest du das? Äh, müssen wir zurücklaufen. Da war auf jeden Fall einer, das weiß ich. Oh, wie viele Chainboots ich im Inventar hab. Lächerlich. Tun paar in die Kisten. Ne. Dann sind die Kisten bei dem X-Fighter jetzt auch wieder. Ja, da wo wir gerade eben waren. Stimmt, die Imba-Kisten. Ähm, Bogen brauch ich eigentlich nicht. Du hattest ein Iron Inget, sagst du, ne? Ja. Hast du ein? Hab ich ein Stöckchen? Ne. Ich hab weder Iron Inget noch sonst irgendwas. Also ich hab Stöckchen und ein Inget. Platsch. Kiste. Ein paar Stöckchen. Kiste, Kiste, Kiste. Die hast du auch alle schon gesehen. Logo. Ich hab schon wieder vergessen, wo hier der Enchantment-Table war. Crap, Crap. Hm, Koppe. Ne, brauch ich nie. Dann müssen wir wieder einen Berg hoch. Oh Mann. Ja, ich dachte erst, da steht ein Skelett drin. Ich hab ne Angel für dich, wenn du eine willst. Ja, sehr gerne. Die ist sogar oben angekommen. Unglaublich. Ja, meine Skills mit Werfen und so, ne? Eindeutig. Was haben wir hier? Nichts mehr. Hab ich alles schon gelootet. Hier ist noch ne Kiste im Wasser. Ah ja, right. Mit vier Arrows. Und Nage. Die du? 16 Minuten until deathmatch. Ja, fünf Tributes remaining. Hoffentlich sind das keine. Hier, bleib mal stehen. Hier, du hast nen Bogen, sagtest du, ne? Nein, du musst dich jetzt finden. Was? Ja, ich hab nen Bogen. Dann hier. Pass auf, passen Sie sich das TNT, nie. Hast du sehen, Sitzer? Äh, ein Diamant oder ein Eisenberg? Oder beides? Beides. Dann hat einer Dire Sword. Dire. Dire Sword. Dire Sword. Dire Sword. Du hast es auch nicht gelernt, ne? Da war ein paar TNT drinne. Ja. Kann ich nochmal machen. Was auf dem Server noch fehlt, sind echt die Blitze. Na, wenn's sowieso ein Deathmatch gibt, ist das in Ordnung. Und Gegner zu finden, können wir uns eigentlich nie beschweren. Oh, hier sind auch noch ganz viele Kisten drinne. Apfel war da drin. Warte, da pfeife ich drauf. Warte, ich geb dem Boost. Hab hier noch vier Pfeile für dich? Ja, lass es mal aufgehen. Da ist auch noch Food drinne, die nehm ich noch. Kommt man hier überhaupt hoch? Nein. Nein? Okay. Dann kann ich auch erstmal das Food essen. Da lang. Na gut, das ging schnell. Äh, wo bist du hin? Runter? Ne, da oben noch. Nein, hier geht's nicht weiter. Ja, gut. Ich werf mal hier vor die eine Kiste die vier Pfeile. Yeah, Johnny-Mau. Hat er uns gesehen oder die anderen? Dann wird er uns wohl auch mit einem Namen angesprochen. Lass mich hier hoch. Lass mich hier hoch. Ey, denkst du, ich krieg's heute geregelt hier hoch zu schwimmen? Ey, ich wurd von dir runtergehauen, Mann. Ich dachte schon, da kommt irgend so ein Dud um die Ecke. Und dudet dich. Ja, und dudet mich. Dudet an dir rum. Hier ist es dunkel drin. Hast du Angst? Ja, ein bisschen. Aber ich bin sicher. Ein bisschen. Nehmen wir die Launchpads hoch? Was wollen wir überhaupt da? Gar nichts, ne? Wir müssen... Entschutting? Ja, genau. Das wollten wir nämlich nicht. Oh, ich kann vergessen. Da ist keine Druckplatte. Wie, da ist keine Druckplatte. Du glitzt bei mir schon wieder im Block. In einer Stunde oder so hab ich 24 Stunden diskoniert. Oh mein Gott. Stell dir das mal vor. Ich weiß gar nicht, wer das bei mir ist. Dadurch bin ich in der V schon gestorben. Mehrfach. Tschololol. Bist du bei mir? Ja. Okay, where are you? Direkt unter dir. Nein, nicht du. So, wie du das? So. Ich glaube, wir sind sogar direkt. Na, doch. Relativ nah. Beim Enchanting Table. Du kennst dich aus. Nein, ne, wirklich. Ich glaube, die haben wir gestartet. Ja. Dann sind wir draußen rum. Dann sind wir in irgendein Haus rein, was das hat. Noch ne Kiste. Aber so kann auch was drinne. Wo oben. Ist beim Spawn oben irgendwer? Kannst du da mal Optifine hinzoomen? Äh, wenn du mir sagst, wo der ist. Oben das Ding in der Mitte, das mit dem vielen Glas. Dieses turmartige Teil. Ich geh mal dahin, wo ich das... Ich seh... 60 Sekunden bis Deathmatch. 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 Ja, da ist Enchanting Table bei. Ja. Ich geb dir Boost. Ich weiß, das schaff ich so, das schaff ich so. Ich will dir aber noch Boost geben. Dann tun wir noch das ins Inventar und dann sollte das eigentlich so gut sein. Sharpness 1. GG. Kommt eigentlich ziemlich oft, ne? Ja. Noch was futtern. Die ganzen Wayne Items wegwerfen und hoffen, dass sie nicht wieder in meinem Inventar landen. Oh leih. Machen sie aber. Crap landet bei mir. 20 Sekunden. Kommt da... Bist du da draußen oder kommt da wer? Solltest du doch sehen. Ne, ich hab Dingsfenster gerade offen. Dingsfenster? Dingsfenster. Was ist mit dem Bumsfenster? Das hab ich nicht offen. Also wenn ich das richtig verstanden hab, ist das ein Team. Dann, okay. Kriegen wir hin. Crafting Master 98. Ich traf natürlich dich. Die tanken mich auch. Ich tanke, also nicht mehr lange, aber ich tanke noch ein bisschen. Die haben nicht mehr so viel Life. Ja, ich versuch den anderen abzufangen. Kennst du eigentlich immer... Ich hab noch zweieinhalb Herzen, also. Ich komm zu dir. Ja. Drei. Hast du den anderen down? Pass auf, das hinter dir kann das nicht. Okay, ich fang den anderen ab. Oh. Sorry. Sorry, sorry. Stopp, 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 stopp. Mein Herz! Ah! GG. GG. Oh, das war Titlescreen. Egal. Oh, das war entrada. Oh, das war Athena. Ohh, das war Girl. Oh, das war die aus, was deswegen. Oh, das war doch malier. Oh, teu der war Sorrent. Oh, das war das schein leader. Oh, der war dropper zu das war. Oh, das war auch so! Vielen Dank.